Als Illustrator und Cartoonist braucht man neben Talent und Leidenschaft auch einen gewissen Sinn für Design und obendrein jede Menge Inspiration. Doch wo findet man das alles? Auf der Suche nach Antworten haben wir von Weitwinkel den Zeichner Djegorj Konowski alias Giraffe Enough getroffen. Mein Bruder und ich, wir erfahren über Cartoon Network und wir wussten nicht, was es war eigentlich. Und wenn wir es auf, es waren alle Karten, alle Zeit. Also, ich habe sie gesehen und bin in Liebe mit den Karten und dann dachte ich, ja, vielleicht ich kann meine eigenen. Also, olden Video Games inspirierten mich, wie early NES games. Ich wollte meine eigenen Games, meine eigenen Comics, meine eigenen Animations. Und ich war wirklich inspiriert von Dzenity Tarkowski, ich hoffe, ich spreche es richtig. So, der Kreator von Dexter's Laboratory, hat mich sehr inspiriert, mit seinen sehr dynamischen kinder Bildern, all diese Facial-Expressions. Er hat tatsächlich gearbeitet auf Hotel Transylvania. So, ja, ich war inspiriert von Dad, natürlich Bugs Bunny, Daffy Duck. So, early Cartoons, wie Warner Brothers, Tex Avery, ja. Also, einfach den ganzen Tag Cartoons gucken und dann kann man so zeichnen wie du? Oder steckt da noch mehr dahinter? Ja. YouTube war eine große Rolle. So, wenn ich karten von Menschen, die nur auf YouTube kreieren, so wie eine kleine Studie, ich dachte, ich kann das tun. So, ich habe ein Tablet von Grafisch und ein Mikrofon und versucht, meine eigenen Geschichten, mit Schriftstorien, zu visualisieren, die ich in meinem Kopf habe. Basically, was ich habe, um meine Geschichten zu perfektieren, war, was auch andere Artists. Ich war ein paar Tutorials. Ich still do. Tutorials über Human Anatomie, um die Hand zu machen, die ich noch Probleme habe, weil sie sehr Organe sind. Ja. So, mostly Tutorials und mit anderen fellow Cartoonisten, und ich habe angefangen, um meine eigenen Geschichten zu machen, um, was passiert in meinem Leben, um, was passiert. Wenn etwas lustiges passiert, habe ich versucht, eine Schriftanimation zu machen, um, oder etwas anzunehmen, oder etwas interessantes, oder ich hörte ein Stück von Musik, das war lustig, und ich dachte, ich werde ein Musikvideos aus. Frupp gesagt, besteht der eigene Stil ja zumeist aus der persönlichen Interpretation verschiedener Einflüsse aus allen möglichen Bereichen des Lebens. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Well, I usually create cartoons and cartoon characters, I try to make them, you know, funny. So, I like to draw people, but it's not caricatures like in the standard way of caricatures, so they're not like with giant faces, big noses and ears and whatever. Es ist mehr so, dass Menschen zu kartoonieren, also sie zu machen wie ein Karton. Ja, aber meistens ist mein Stil sehr optimistisch und positiv. Unser Modell Pascal würde auch locker als Cartoonfigur durchgehen. Was meint ihr? Wir finden's klasse. Zum Schluss hat Djegors uns noch verraten, an welchem Projekt er im Moment arbeitet. Ich mache jetzt die Animationen für Bennohaus. Das heißt, es geht um die Senioren zu kreieren, mit ihren Medien und den Regeln zu folgen. Es ist ein off-text, das ich habe, und ich versuche, was er gesagt hat. Und es ist viel Spaß, weil ich denke, dass Leute es lieben. Und ich bin glücklich, dass es eine größere Konsequen. Es wird benutzt, um andere Menschen zu trainieren. Das ist spannend. Ich bin glücklich, das ist ein englisch. Es ist ein englisch. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Vielen Dank.